Sprechen wir über den Vergütungsplan von Stampin' Up. Wie kommst du im Marketingplan von Stampin' Up? Ganz nach oben, indem du eine Funktion auf Facebook kennst, die 99% der Partner leider nicht kennen, die möchte ich dir vorstellen. Also da wirst du, ich bin der Willi. Ja, in 30 Tagen habe ich 110 neue Kunden und Partner generiert. Wie das geht, findest du unten im Gratiskurs. Also die Idee ist ganz einfach. Wenn du Nachrichten bekommst von interessierten Kunden, die in deinen Stampin' Up Produkten interessiert sind, dann solltest du sie dir auch lesen, oder? Ja, und da gibt es hier leider eine Umstellung bei Facebook. Und zwar, es gibt den sogenannten Spam-Ordner. Achtung, ganz normale Anfragen von Menschen, die dir eine Anfrage für Stampin' Up Produkte schicken, landen auch im Spam-Ordner. Warum? Wenn sie mit dir nicht befreundet sind. Und jetzt ist es ganz, ganz wichtig, dass du heute in deinen Facebook-Ordner schaust, in den Posteingang und dann auf Nachrichtenanfragen. Wenn du bei Nachrichtenanfragen, Achtung, ganz nach unten gehst, dann kommt ganz kurz eine Zeile, eine Einblendung, die nennt sich Spam. Und dort schau bitte rein, weil viele Stampin' Up Partner haben dort Anfragen liegen. Wenn du jetzt wissen möchtest, wie kannst du mit Facebook dein Stampin' Up Business aufbauen, unterhalb von dem Video findest du meinen Gratiskurs. Ich wünsche dir, dass du im Vergütungsplan bei Stampin' Up ganz nach oben kommst. Rock it, bye bye.